Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Cast zu einer neuen Folge The Spirit and the Mouse. Ja, The Spirit. Zu was? Zu genau diesem Format. Es ist einfach schon spät. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß, ladies und gentlemen. Wir sind auf dem Weg zurück in die Nordstadt. Dort haben wir jetzt dem zweiten Menschen schon geholfen und zwar einer Pizzeria. Und wir haben eine neue Eigenschaft freigeschaltet. Wir können jetzt per Gewitterblitz schneller laufen. Guck mal, so sieht es aus. Wir haben jetzt noch zwei Menschen hier in der Nordstadt, die Hilfe brauchen. Die sind uns besessen. Oh Gott, hast du die Augen gesehen? Sie ist besessen. Oh mein Gott, das ist creepy. Das ist ja creepy. Mama, die Maus ist böse. Das ist creepy. Ja, also hier gibt es noch zwei Leute, oder halt zwei Geschäfte, denen wir helfen sollen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal hier auf der anderen Seite um. Da haben wir uns nämlich noch gar nicht umgeguckt und ich wünsche euch bei dem Ganzen hoffentlich viel, viel Spaß. Entspannung, Entertainment, eigentlich Ablenkung von allem Möglichen. So, da sehe ich doch schon den dritten Laden. Bevor wir hier reingucken, gucken wir uns wie immer erstmal ein bisschen um. Komme ich da aber auch noch höher? Nö. Also, ich weiß nicht, ob es ein Laden ist. Es könnte ein Laden sein. Warum kann ich die Lampe nicht elektrifizieren und nur diesen dummen Eimer? So, hier haben wir eine Verbindung, die wir noch nicht aktivieren können. Und da sehe ich schon so Gitter, wo wir hoch können. Und noch eine Glühlampe. Oh, Künstler. Okay, da bin ich sehr gespannt. Oigine. Ach, wehe mir. Was habe ich denn verbrochen, dass ich so etwas verdiene? Warum werde ich gerade jetzt mit einer solchen Inspiration gesegnet, wenn die Lichter alle aussehen? Ich quelle über vor lauter Ideen. Ich sehe einen Wald. Oh, Bäume. Lichter, die durch Blätter dringen. Ein Vogelnässt. Einen Fuchs. Ich will malen. Ich muss malen. Doch in der Dunkelheit bin ich schwach, da ich nichts sehen kann. Traurigkeit und Schmerz erfülle mich. Oh, das ist gut. Ich sollte es notieren. Verdammtes Gewitter. Schlägt im ungünstigsten Moment zu. Der Sturmausfall hält schon seit Stunden an. Ich habe vorhin vom Dach einen großen Krach gehört. Das muss göttliche Strafe sein. Oder vielleicht wurde das Stromaggregat beschädigt. Ich habe versucht, den Energieversorger anzurufen, aber alle Leitungen sind besetzt. Und dieses flackernde Apothekenschild vor meinem Fenster bereitet mir Kopfschmerzen. Oh! Ihr alten Malermeister, ich flehe euch an. Leit mir eure Kraft. Dieses nächste Gemälde wird mein Meisterwerk sein. Ich spüre es in den Knochen. Und mein Pinsel. Entschuldigung. Ja, ist so ein bisschen dramatisch, oder? Aber er spürt es in seinem Pinsel. Das ist aber auch zweideutig zu verstehen. Ich spüre es in meinem... Das hat mich jetzt schon wieder rausgehauen. Jetzt müssen wir wieder auf das Filmkanal. Wir sind... Schäden, wer böses Ding. Also er spürt es in seinem Pinsel, den er sich gerade anguckt. Wobei das auch sehr grenzwertig wäre. Wenn er jetzt vor dem Fenster sitzt und sagt, ich spüre es in meinem... Also... Gut. Er spürt es in seinem Knochen und in seinem Pinsel. Aber ehrlich gesagt... Habe ich keine Lust, ins Bett zu gehen, nachdem mir so viele Ideen aufgekommen sind. Und ich hoffe, wir haben bald wieder Strom. Der Maler und die Lichter. Okay, den feiere ich. Dann helfen wir der Drama Queen mal. Jetzt werden die sagen, du hast ihn doch so dramatisch betont. Ja, habe ich. Weil er einfach sehr dramatisch war. Künstler. Es ist einfach ein Künstler. Das können wir nicht verstehen. Die wir keine Künstler sind. Es sah jetzt so aus, als würde ich da auch vorüber kommen. Ist aber nicht schlimm. Oh, warte, warte, warte. Ich kenne doch jetzt langsam die Verstecke. Ich würde es genauso platzieren, wenn ich Spiele entwickeln würde. Würde es zu 1000 Milliarden Prozent exakt genauso machen. So, hier ist also ein Dach. Können wir hier raufklettern? Mit der Klappe können wir nichts. Da auch nicht. Ha, ha, ha. Da sehe ich doch die Kiblin-Box. Ich bin gespannt. Es sieht nach zwei Kiblins aus, die wir freischalten müssen oder suchen müssen. Da ist eine Notiz von Kiblins. Gut. Nach genauerer Betrachtung findet sich ein Etikett Nordzentrum. Möchtest du sie einschalten? Jawohl. Fehler. 50 Energie zum Hochfahren. Benötigt. Fütter mich. Machen wir. Dürfen wir auch nicht vergessen. Also wir müssen immer brav nach nebenbei einsammeln, weil jede Box kostet 50, glaube ich. Lecker. Beginne Hochfahrfrequenz. Das war ein beschissenes Wort. 50 Prozent, 90 Prozent, 98 Prozent. Hello World. Nordzentrum. Kiblin-Box aktuell nicht einsatzbereit. Nordzentrum kann nicht betrieben werden. Kiblins fehlen. Kiblins sind Teil der Kiblin-Box nötig für Stromsteuer... Strom... 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 Stromneustart. Kannst du Kiblins finden und zurückbrennen. Hilfe wird benötigt und wertgeschätzt. Danke, Nagetier. Dankbarkeitsnachricht einfügen. Aktiviere KVS. Kiblin-Verfolgungssystem. Ich finde auch süß. Diese Klappe, wo die Kiblins reinkommen, ist einfach mal wie so eine Fliege gestaltet. Initialisiere KVS. KVS aktiviert. Deaktiviere Kiblin-Tarnung. Okay. Die sind auch cool. Oh, und einer direkt daneben. Okay. Wenn du Hilfe bei der Suche nach Kiblins brauchst, wie auch einer direkt daneben steht, aber okay, bieten wir einen Kiblin-Verfolgungs-Service. Sprich uns darauf an. Danke. Also, ehe wir gleich rausfinden, was der da an dem... Uh, da können wir auch durch. Crazy, aber... Ah! Das war jetzt dumm. Erstens habe ich die Leitung nicht aktiviert und ich habe auch noch die Glühlampe verfehlt. Also, mehr falsch geht gar nicht. Entschuldigung. Nochmal. Weil es so amüsant war. Hoffe ich. Ah! Spring doch einfach ganz normal, sagten sie zu ihr. Und dann verlor sie sich. Siehste, macht sie die Mausbar schneller, es ist jetzt zu schnell. Aber die Wege sind ja Gott sei Dank nicht so weit. Aber jetzt, Lays und Cinnamon, werden wir erst mal das Ding jetzt hier aktivieren. Weil ich gehört habe. Es soll dann einfacher funktionieren. So, sack. Jetzt geht's da wieder hoch. Und jetzt würde ich mich halt voll gerne da auf die Glühlampe fallen lassen. Wo war die denn? Bin ich blöd? Achso, hier durch das Gidde durch, ne? Gidde. Perfekt. Durch das Gidde. Aber ich muss auch trotzdem nach unten, weil... Gab's sonst nicht. Aber wir haben das ja jetzt aktiviert. So, jetzt sprechen wir mit dem ersten Kiblin. Ich bin ja sehr gespannt, was wir da für eine Aufgabe haben. Es wird bestimmt gar nicht so leicht sein. Hey. Keyhack? Keyhack? Nein, nein, das geht nicht. Jemand hat das Sicherheitssystem der Kiblinbox überschrieben. Wir können keinen Neustart durchführen, ohne es vorher zu entsperren. Oh, hallo Maus. Ich hab dich gar nicht bemerkt. Warum hast du so einen Riesenkopf? Man munkelt in der Stadt, dass du Kiblins hilfst? Vielleicht kannst du mir helfen. Diese Kiblinbox funktioniert nicht richtig. Alle Sicherheitssysteme sind aktiviert. Normalerweise muss ich einen einfachen Code eingeben, um sie zu entsperren. Aber aus irgendeinem Grund wurde er geändert? Schau. Okay, zeig her. Fehler. Falscher Code. Du bist eindeutig nicht schlau genug. Auf, das raubt einem ja den letzten Nerv. Eigentlich bin ich ein großartiger Hacker. Es gibt kein Sicherheitssystem, das mich aufhalten kann. Aber meine Hacking-Technik ist sehr präzise. Ich muss erst das genaue Passwort kennen, das zum entsperren des Geräts erforderlich ist. Wirf mal einen Blick auf die Notizen und blablabla so schnell gesprochen und sich verarspelt. Diese Notiz könnte einen Hinweis auf den neuen Code liefern. Ich hingegen bevorzuge es, meine gewohnte Hacking-Technik beizubehalten. Es ist ziemlich komplex, aber im Wesentlichen versuche ich, jeden möglichen Code einzugeben. Eins nach dem anderen. Manuell. Da ich mit Zahlen ziemlich schnell bin, dürfte ich in etwa 70 Tagen, 2 Stunden und 52 Minuten fertig sein. Komm zu mir und sprich mich an, falls du etwas findest. Ich werde eine Weile hier sein. Gut, 70 Tage. Äh? Also, ich glaube, das ist jetzt Hinweis, wo wir Code Nummer 1 finden, ne? Ähm, was sehen wir auf diesem Bild? Auf diesem Bild sehen wir die Kiblin-Box. Und wir sehen... Da ist noch eine Strom-Box, durch die wir wahrscheinlich durch müssen, um um die Ecke rumzukommen, ne? Und es muss vermutlich auch noch mehr Zeichnungen geben. Diese Strom-Box. Aber wo führt die hin? Da ist eine Wendeltreppe. Vielleicht sollten wir bei der Wendeltreppe mal gucken. Also, pass auf. Okay, wir müssen uns den Weg jetzt merken. Ah, ich kann auch nicht eher runter. Ach, wie doof. Entschuldigung. Da laufen wir jetzt einen kleinen, dezenten Umweg. Kann ich ja runter? Äh, ja. Kann sie... Sie müsste sich so... Sie müsste so ein bisschen langklettern können. Kann sie aber nicht. Oh, guck mal. Hier ist eine Klappe. Ach so, ja. Das hatten wir doch schon mal. Erinnert ihr euch? Aber ist das vielleicht die, die wir nehmen müssen? Nein. Weil, das war das Rätsel mit Kikrai. Aber ich kann euch noch an diesen kleinen, ängstlichen Kiblin erinnern. Ja, ja. Lila kann sich erinnern. Also, äh... Irgendwo. Warte mal. Ja, wir müssen hier so rumlaufen, glaube ich. Hier irgendwo. Müsste vielleicht noch Kasten sein. Vielleicht, das... Ja, vielleicht ist es der hier. Wir nehmen ihn mal. Ich glaube nicht. Wir müssen ja höher, ne? Ich glaube, wir müssen... Oder... Oder, oder, oder... Wir müssen hier hoch. Aber hier hoch können wir nicht. Ich glaube, da kommen wir nicht so runter. Uäh. Wobei, das ja schon gar nicht so falsch aussieht. Aber jetzt sind wir hier einmal rumgelaufen, ne? Wie kommen wir an die Stelle ran? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Pass auf. Wir gehen nochmal hier runter. Also, das war es ja jetzt schon mal nicht. Würde ich sagen. Aber gibt es hier unten vielleicht noch irgendwas? Können wir durch die Rohre durch? Nö. Das wäre aber auch gut gewesen. Dann laufen wir jetzt einfach hier mal ein bisschen rum. Oh, die Arme. Die Arme! Das muss veranstrengend sein. So, jetzt sind wir umsonst rumgelaufen. Das war also der längere Weg. Was soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Sehen wir die Skizze irgendwie nochmal? Ah ja, okay. Guck mal. Lass uns angucken. Also, wir müssen wissen, wie hier rum das gedreht ist, ne? Wir müssen, glaube ich, die richtigen Stromleitungen finden. Guck mal, hier ist doch auch eins, was noch nicht aktiviert ist. Uh. Wir haben was kaputt gemacht. Da lag was in Gras. Das ist ja wie Ostern hier. Gut, hier haben wir das nächste Problem. Aber jetzt sind wir erstmal bei diesem Problem. Wir haben einfach nur irgendwas noch nicht gefunden. Okay, pass auf. Wir lassen uns jetzt nochmal runter. Ach, kann ich auch nicht blitzdingsen. Tja. Gute Frage. Nächste Frage. Da isst doch die Stimme weg. Also, mit dem Verbindungsstück kann ich nichts anfangen, was da hinter dem Gitter ist. Guck mal, hier ist auch was noch nicht aktiviert. Aber wir waren hier doch schon. Bäh? Offensichtlich irgendwie. Nur die Hälfte. So, und hier sind wir jetzt einmal rumgelaufen. Hier kommen jetzt die Formers... Oh, warte mal. Ach, schade. Ich dachte, wir können da wieder in den Untergrund runter. Kompliziert. Wisst ihr das? Pass auf. Ich, ähm... Ähm... Nochmal hier nach oben. Zur Kippenbox. Also. Das muss irgendwie dahinter sein. Aber... Wo finden wir... Wo finden wir... Ich habe keine Ahnung. Aber warum steht hier eins von drei? Also, es hat auch nicht mehrere Seiten irgendwie. Ja, wo ist diese Stromleitung da hinten? Die finde ich ein bisschen verwirrend. Aber die geht halt durch die Wand irgendwo durch, ne? Nee, ich kann keinen Zahlencode ausprobieren. Entschuldige, dass ich das jetzt nicht vorgelesen habe. Ich dachte... Oh, warte mal. Ach nee, es ist die, durch die wir hergekommen sind, oder? Oder? Ja, ist es. Aber andere Sachen können wir auch nicht aktivieren. Okay, das Rätsel verstehe ich einfach noch nicht. Ich finde es nicht. Oder haben wir noch irgendwas anderes? Mit den Stromkästen können wir auch nichts machen, ne? Die da so rot vor sich hin blinken. Kompliziert. Darf ich das so äußern? Vielleicht ist es ja doch irgendwie mit den Wegen. Vielleicht müssen wir ja hier drüben einfach weitermachen. Vielleicht haben wir hier einfach irgendwas nicht gesehen. Zum Beispiel eine Glühlampe. Aber wo da dieses Verbindungsstück ist? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht irgendwo versteckt. Sieht halt so gar nicht danach aus, ne? So überhaupt nicht. Okay, das finde ich schwierig. Das ist das erste Rätsel, was ich zu schwierig finde, weil ich es nicht sehe, wo das da lang geht. Ich weiß, wir haben ja jetzt noch nicht alle aktiviert, aber irgendwie finde ich gerade noch nicht alle. 21 Uhr. In einer Stunde muss ich ins Bett. Daran liegt es vielleicht. Obwohl ich heute einen Urlaubstag hatte und mich eigentlich entspannt fühle. Aber irgendwas ist hier falsch. Vor allen Dingen müssen ja hier auch noch mehr, irgendwie noch mehr Schilder sein. Ich hätte halt voll gedacht, dass das Darm zusammenhängt. Aber der führt ja irgendwo ganz komisch woanders hin. Also nur nach oben. Ja, so ist er halt überhaupt nicht. Und hier komme ich nicht hoch. Warum komme ich hier nicht hoch? Kann ich das irgendwo, also irgendwas hinschieben? Da ist doch eine Klappe. Können wir auch nicht aktivieren. Pass auf, dann laufen wir jetzt erstmal nach unten. Vielleicht, bis wir ja wirklich hier irgendwie auf die andere Uferseite laufen. Aber hier komme ich doch her, oder? Oh, wie belastend. Tja, nichts mit Lichtern. Der arrogante Maler kriegt keine Lichter. Okay, da ist aber auch wirklich eine Klappe. Aber das ist ja alles um die Pharmacia rum. Da sind wir ja jetzt noch nicht. Das ist ja, glaube ich, ein anderes Rätsel. Ich meine, klar, wir können gucken. Aber ich würde es eher als anderes Rätsel deklarieren. Aber vielleicht hängt es auch zusammen. Wer weiß. Sage niemals nie. Oder vielleicht sehen wir es von der Seite auch einfach besser. Das kann auch sein. So, Pharmacia. Ich sehe gar nichts, weil ich ganz blöd an dem Schild hänge. Oh, vielleicht. Aber vielleicht ist es diese hier. Wait, ladies and gentlemen. Nein. Boah, das Rätsel verstehe ich nicht. Also, hier muss noch irgendwo eins sein, wo wir hier hochkommen. Aber ich habe keine Ahnung wo. Aber hier sieht es ja aus, als würde das auch mit dazugehören, ne? Also. Wo haben wir denn die Kiblenbox? Da ist die Kiblenbox. Das heißt, das, was ich sehen will, ist eigentlich eher komplett auf der anderen Seite. Das sehe ich hier von dieser Position so jetzt formal gar nicht. Gut, dass wir schon mal drüber geredet haben. In der Ecke waren wir auch. Das gehört ja alles irgendwie zu dem ersten Rätsel. Oder zu dem ersten Haus. Es tut mir leid, dass ich mich gerade so richtig blöd anstelle. Aber ich finde es nicht. Ich sehe es nicht. Es ist nicht da. Also, die Pizzeria war einfach. Aber das finde ich jetzt wirklich kompliziert. Ich finde einfach diesen Punkt nicht, wo wir hin sollen. Weil da ist ja irgendwo noch eine Stromleitung. Aber ich finde sie nicht. Hier gibt es nicht. Kaputt. Wollen wir hier irgendwas übersehen? Hä? Kommen wir hier rüber? Auf die andere Seite? Warte mal. Nee, ne? Weil das ist ja irgendwie so miteinander verbunden. Oder? Wait a minute. Weil hier ist ja eins, den wir noch aktivieren müssen. Und ich höre mir vorstellen, dass es damit vielleicht zusammenhängt. Können wir irgendwie die Brücke runter? Weiß nicht, hier wäre das nächste Problem. Hier sind wir noch nicht lang gelaufen. Hier ist eine Baustelle. Gut. Dann gucken wir jetzt erstmal hier. Das ist die andere Seite, ne? Das ist die andere Seite. Das ist die andere Seite. Das ist eine Maus. Die passt da nicht durch? Was? Wenn wir mir das denn erzählen? Oh, guck mal. Wenn wir als Blitz unterwegs sind, können wir einfach easy so durchlaufen. Ohne, dass wir die einzelnen Dinger blitzdingsen müssen. Da hat die Kamera aber gerade oft ganz viel zu struggeln gehabt. So, ich glaube, jetzt aktivieren wir hier die Seite, ne? Fuck. Gut. Gut. Das ist aber auch jetzt nicht das, was wir besucht haben. By the way. Aber hier ist noch ein zweiter Hinweis. Oder beziehungsweise der dritte. Aber wo ist ein Zwei? Und vor allem, wie soll uns das ein Code geben? Hä? Ich stehe auf den Schlauch. Also irgendwo muss ja dann vor allem auch noch ein Schild sein. I'm verwirrt. Ladies and gentlemen. Ich bin completely verwirrt. Und raus kommen wir hier auch nur aus... Ja. Mit dem da vorne. Können wir irgendwie hier hoch? Können wir? Bringen wir uns das was? Nein. Das heißt, ne, gibt's hier der Ecke nicht. Gut, das war die Geschichte. Ich werde halt den nächsten Fall noch nicht aktivieren. Aber der ist ja echt sehr schwer. Und sie kommt einfach nicht hoch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich wüsste, wie wir hier auf dieses Gitter kommen. Weil... Oh, warte mal. Aber guck mal. Da oben ist was, was wir runterwerfen müssen. Oder wir müssten uns irgendwo runterfallen lassen. Das wäre jetzt auch noch eine Idee, wenn wir auf der Kiblin-Box sind, dass wir uns vielleicht irgendwo runterfallen lassen müssen. Andere Idee habe ich tatsächlich gerade nicht. Wie komme ich da jetzt hin? Oh, ist aber auch ein scheiß Laufweg, Mann. Und vor allen Dingen, irgendwo muss da noch eine dritte Notiz sein. Okay, der andere Weg wäre doch besser gewesen, glaube ich. Aber die Treppen läuft sie ein bisschen schneller. Minimal. Okay. Aber das Ding ist, ich hatte nicht den Eindruck, dass wir uns irgendwo runterfallen lassen können. Also, diese da unten ist mir wirklich ein Rätsel, wo das sein soll. Aber hoch können wir auch nehmen. Doch, hier können wir aber... Geht weiter. Hä? Ich raff es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, was wir hier noch nicht gesehen haben oder übersehen haben. Irgendwas habe ich übersehen, Freunde. Also, hier ist die Notiz. Die würden wir uns auch gar nicht mehr angucken können. Du hast sie dir zu oft genug angesehen. Vielen Dank dafür. Äh, er zeigt uns die erste Notiz gar nicht mehr an. Oh, wie fies ist denn die Geschichte? Also, wenn man eine neue Sache anguckt, zeigt er einem die erste nicht mehr an. Geil. Haben wir es jetzt übersprungen? Waren wir hier schon? Ah, ich weiß nicht. Hier ist noch eine Glühlampe. Waren wir hier in der Ecke schon? Wofür steht denn das denn? Aber es ist jetzt nicht die Ecke, die wir suchen, oder? Hä? Hier sind so ein bisschen Balkone am Start. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir hier schon waren. Oh, guck mal. Aber hier sind jetzt mehrere von diesen Teilen. Oh, ist das der, den wir gesucht haben vielleicht? Ah, Ace and Gentlemen. Könnte das der sein, den wir gesucht haben? Vielleicht. Wo führt der hin? Komm, wir nehmen jetzt mal den. Aber wo sollen wir da jetzt auf den Code kommen, ist halt die Frage. Okay, das ist der mit dem... Ah, doch, mit dem Gitter hier. Ah, wir haben uns hier immer noch auf das Gitter konzentriert, na? Ja. Guck mal, und da... Ah, warte mal, warte, warte, warte. Darunter. Komm, wieder hin. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Weißt du, was ich sehe? Hier lang jetzt. Jetzt können wir die Geschichte nutzen. Ah, jetzt kommen wir da vielleicht weiter. Heißt aber nicht, dass wir den zweiten nicht noch suchen müssen. Äh, jetzt sind wir unten drunter. Ist das jetzt richtig oder falsch? Wo soll denn hier jetzt eine Zahl sein? Ich kann mir die Ecke halt leider nicht mehr angucken. Das ist das Problem. Ach, ist das dumm. Also das verstehe ich gerade überhaupt nicht, das Rätsel, ne? Ich verstehe es einfach nicht. Weil ich mir das erste nicht mehr angucken kann. Warum auch immer. Ich kann mir das erste nicht angucken, ne? Das ist total dumm. Vielleicht ist es jetzt auch gar nicht mehr aktiv. Also wir können jetzt zumindest da rauf. Ich weiß es nicht, Kiak. Das ist, ähm... Ähm, Problem. Ich sage nur, das ist ein Problem. Aber neu starten würde man es wahrscheinlich auch nicht, ne? Kann er doch mal sagen, irgendwie, dass es... Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich hier was rauskriegen soll. Ja, da probieren wir uns ja noch in zehn Tagen. Ich kann nicht an die Wand gucken. Ach man. Irgendwas hier hintenrum hat er uns doch gezeigt, oder? Oh, ey, das verstehe ich ja gar nicht. Wir kommen überhaupt nicht weiter. Aha, Mann. Scheiße. Warum kann ich mir denn das erste nicht angucken? Vielleicht ist das erste auch gar nicht mehr aktiv. Vielleicht ist es gesagt, du hast den Code verpasst. So soll es sein. Weil was hatte das jetzt zum Vorteil, dass wir jetzt hier rüber kommen, wenn hier drüber einfach nichts ist? Oder ist an dem Kasten irgendwas? Oder an den Stromkabeln. Also ich, ähm... Mir erschließt sich der Sinn hier nicht, was hier sein soll. Hier ist nichts. Da ist da einfach nichts. Hier sind auch nur Mülltütenpflanzen und Zeugs, Gedöns, Krams, Mist. Rein können wir auch nicht. Hä? Ich raff's halt überhaupt nicht. Was wir hier wie sehen sollen? Es tut mir leid. Also dieses Rätsel verstehe ich nicht. Und wir müssen mal die Kiplingbox fragen. Vielleicht kann die uns irgendwie weiterhelfen. Aber sie hilft uns ja nur im Kiplingfinden. Ähm... Haben wir in diesem Spiel irgendwie einen Hilfemodus? Weil da funktioniert irgendwas nicht. Irgendwas funktioniert hier nicht. So wie es eigentlich funktionieren sollte. Naja, nicht die Kiplingorte. Ki Boss, Ki Huck. So, das Einzige, was wir jetzt können, ist, dass er uns jetzt zeigt, wo der Ort ist, ne? Okay, also so würde man Kiplins finden. Äh... Jetzt hänge ich irgendwo... Also ich komme aus dem Bonus nicht mehr raus. Siehst du das? Ich komme aus dem Bonus nicht mehr raus. Okay, hier ist auf jeden Fall irgendein Bug drin. Ich kann das nicht, aber man muss doch auch irgendwas neu starten können. Ich habe keine Ahnung. Dieser Kipling verrät mir auch keine Lösung, ne? Vielleicht ist die Lösung auch... 9, 4, 7, 5 würde ich jetzt einfach mal eingeben. Ich habe keine Ahnung, was für ein Code wir wie ablesen können. Ich würde den jetzt einfach mal eingeben. Schade. So, das Problem ist, diese Notiz können wir nicht mehr lesen. Ich habe keine Ahnung, wie wir weitermachen sollen. Und es würde es ja vermutlich auch, denke ich, an dem Punkt gespeichert haben. Das ist tatsächlich wirklich richtig, richtig behämmert, weil wir irgendwie in so einem Bug gefangen sind. Das wusste ich ja nicht bei der Suche, ne? Und vor allen Dingen, uns fehlt ja auch irgendwie noch ein Dritter. Also das ist die erste Aufgabe, die echt scheiße ist. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber die ist ja mal richtig kacke, weil ich nicht weiterkomme und so gar nicht weiterkomme und überhaupt nicht weiterkomme und ich keine Ahnung habe, wie uns das helfen soll, dass wir da rüberkommen, weil da ist nichts. Da ist einfach nichts. Vielleicht müssen wir uns auch irgendwo runterfallen lassen. Das kann ja auch sein. Aber da ist so verrecken einfach nichts. Vielleicht in den Busch reinfallen. Komm, wir lassen uns jetzt in den Busch mal reinfallen. So. Da hänge ich nur auf der Mauer. Das stelle ich gerade fest. Ja, Freunde, hier ist nichts. Da werden sie nicht geholfen. Kann man das auch von vorne beginnen, wenn man mit dem nochmal redet? Oder müssen wir irgendwie zu diesem Stromkasten dahin? Aber ich meine, da können wir doch auch auf diese Art und Weise hin. Hat es mit dem Stromkasten zu tun? Sehen wir hier irgendwas an diesem Kasten? Es sieht ja nicht danach aus. Freunde, ich raff's... Ich raff nicht, was hier hinten sein soll. Es tut mir leid, aber das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie wir das jetzt lösen sollen. Weiß ich nicht. Weil dann hängen wir in diesem Spiel tatsächlich fest. Also wir können das nächste Problem uns angucken. Aber dieses hier sieht so ein bisschen aussichtslos aus gerade. Weil wir können auch vom Speicherpunkt nicht zurück... Was ein bisschen unintelligent programmiert ist, weil du dann halt wirklich in so einem fetten Bug drin hängst, ne? Äh... Tja. Ladies and gentlemen. Das tut mir verleid, dass das jetzt gerade so eine zähe Suche ist, aber ich... Also... Ich habe keine Ahnung. Ich bin so ein bisschen am Verzweifeln und die Maus, die hängt auch ein bisschen falsch. Weil ich wüsste nicht, welchen Vorteil es hat, dass wir jetzt hier rüber können. Oh, verflixter Mist. Zumal uns auch immer noch der zweite irgendwie fehlt. Oder müssen wir die einfach nur aktivieren? Ich habe keine Ahnung. Also hier ist keine Zahl. Hier ist ums Verrecken einfach keine Zahl. Das ist ein sehr, sehr komisches Blütschel. Wo ich keine Ahnung habe, wie wir weiterkommen sollen. Aber unten kann ja jetzt auch nicht die Lösung sein. Mann, ich verstehe es nicht. Also dieses Riesel, also der Hacker, ich merke schon wieder, Antipathie zur IT, ne? Hat... macht überhaupt keinen Spaß. Also, wir sind, wie sind wir denn jetzt vorgegangen? Äh, wir sind... mit dem hier gereist. Und sind hier runter. So, gibt es hier irgendwo noch einen, wo wir irgendwie weiterkommen könnten? Das hier wäre der nächste. Fühlt der uns irgendwo weiter? Der führt uns halt nur runter, ne? Leute, ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Ich weiß halt auch nicht, wo wir nach dem zweiten suchen sollen. Das ist halt so ein bisschen crazy. Shit. Irgendwo runter fallen lassen? Nicht gut, aber tut weh. Äh, ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen. Ich würde jetzt einfach noch ein bisschen hier das ablaufen und ansonsten äh, würde ich irgendwo nach der Lösung gucken. Das tut bitte sehr leid, aber ich finde es einfach nicht. Hier ist nix. Hier ist einfach nix. Oder wir müssen diesen blinkenden Dingern hier folgen? Waren wir in der Ecke schon? Nee, in der Ecke waren wir noch nicht. Vielleicht finden wir hier irgendwas, was uns weiterbringt. Vermutlich nicht, aber wir können ja mal gucken. Ach, frustrierend. So, hier kommen wir auch nicht ran. Weil wegen ist so. Ja, okay, weil wir das da erst runter, runter müssen. Runter. Äh, ich kann einfach nicht mehr reden, weil mich jetzt gerade so aufregt, dass wir hier gar nicht weiterkommen. Ähm, runterschubsen. So. So, hier will ich tatsächlich noch gar nicht hin, deswegen laufe ich hier einmal vorbei. Das müssen wir erst noch aktivieren. Schwierig. Schwierig. Und das müsste ja eigentlich alles erst zu dem Nächsten gehören, ne? Wie sehr haben wir noch ein Nächsten Kibblebox? Da will ich eigentlich alles noch gar nicht hin. Aber vielleicht hilft es uns ja trotzdem irgendwie weiter. Kühlschrank. Also, wie gesagt, da will ich noch nicht hin. Ah, haben wir sonst noch irgendwie Sachen, wo man noch irgendwie weiter gucken kann? Weil hier haben wir auch was. Da müssen wir auch erst noch was runter schubsen. Ich hätte gedacht, das haben wir gemacht. Aber haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Wir können halt hier nochmal gucken. Bei dem Restaurant. Aber ich meine, hier waren wir ja überall schon. Da habe ich so jetzt auch nichts gesehen, irgendwie was wir noch hier machen könnten. Ich habe keine Ahnung, wie wir weitermachen sollen mit diesen komischen Kiblen. So. Tja. Ladies and gentlemen, ich habe keine Ahnung. Zumal uns die zwei ja auch fehlt. Also, ich verstehe halt auch nicht, ähm, warum wir da jetzt, äh, nicht mehr das erste angucken konnten. Ich meine, das dritte haben wir gefunden und es fehlt irgendwo noch ein zweites. Und warum ist die Geschichte nicht aktiv? Keine Ahnung. Gerade halt bin ich demotivierend. Ich glaube, das merkt man auch an meiner Laune. Das tut mir tatsächlich ein wenig leid. Aber, ich weiß nicht, wie wir weitermachen sollen. Aber hier waren wir doch schon. Hier war doch nichts. Ich komme nicht weiter. Scheißdreck, Alter. Mann. Irgendwas bei denen, was wir übersehen haben. Aber hier ist nichts. Hier ist nirgendwo irgendwas. Hier ist ja auch nichts. Ich wollte gerade sagen, da ist was. Aber das hatten wir schon. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe die Vermutung, dass hier irgendein Bug begraben ist. Und habe tatsächlich jetzt Bock, irgendwie die Lösung zu suchen. Oder wir gucken das nächste Mal irgendwie weiter. Vielleicht starten wir ja an einem anderen Speicherpunkt. Ja, es tut mir leid. Also, wir gucken das nächste Mal, wie wir hier weitermachen. Klickt euch unbedingt rein. Ich bin ein bisschen frustriert. Ich bin ein bisschenasti. Ich bin ein bisschen siehst 아ussee. Das ist eine andere Sache. Ja, - Untertitelung des ZDF für funk, 2017